So. Dort. Das ist dafür da, damit ich weiß, von wo bis wo das Feld geht. Da sieht man schon, dass das Wasser funktioniert. Also, falls ihr Bock habt. So. Der Server wird vielleicht so in einem Monat, würde ich sagen. Wir arbeiten nur darauf, wir suchen auch noch etwas. Allerdings würde es dann was kosten. 5 Euro ungefähr. Das wissen wir immer noch nicht genau. Ah, da habe ich noch 64. Zum Glück. Nein, wo ist das? So. 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 ich mache jetzt die umrandung mit cobblestone damit ich das besser kennen ein neues schaufel wenn ich mal hier hin und dann sticks zwei sticks rein das und so ich habe es da rein Ich mach gleich auch, wenn ich das Feld fertig hab, erstmal einen Cut. So. Und hier rundherum noch dort. Und das wird jetzt die Farm mit Essen. Die andere mach ich dann nebendran. Also hier wahrscheinlich gleiche Größe. Da. Oder da lang. Oder da. Ne, ich glaub eher da hinten. Weil da schon noch Platz ist. Wo ich nehm schon 1,5 Stunden auf jetzt. Das ist Zeit für nen Cut. Vielleicht. Und das war's. Okay. Ja. Jetzt. Ja. Bleib. Erstmal zieht sieben Stück noch. So. Die Fundamelonen tue ich, äh, Kürbis tue ich da hin. 1,2,3,4,5,6,7,8. So, 3,4,5,6,7,8. Gut. Und noch am Schlafen gehen. Aua. Also. Dann. Nein nicht essen. Apfel kann ich. Komm ich lass es. Also.